moin meine freunde und willkommen zurück zu super mario party und wie ihr gesehen habt haben wir den pfad der prüfung letztes mal schon bestanden doch jetzt geht es weiter und zwar mit den expertenmodus ich spiele mit einem hammer bruder ich bin gespannt jetzt sind wir schon dass der expertenmodus und sagt ich schaffte sie mit denen der experten muss noch nicht geschafft also überall reinspringen jedes spiel ich bin gespannt wie weit wir hier des wahnsinns fette beute rennen wir müssen ja müssen wir alle machen gespannt das gibt es doch gar nicht 50 sekunden wie schnell soll man da sein nicht mal probieren kann man nicht so oft probieren weil ich glaube dann wird mir wahnsinnig aber wir haben es geschafft halt der schwede genau in 15 sekunden oder ganz schön schwitzen leute da komme ich ganz schön schwitzen okay jetzt keine rei mit den schaden und ich sitze nur das ist zu spät zugeschlagen da müssen wir noch schaffen oder ja es hat mich ein kollege hier was das kollege aber ich jemand bei youtube aber nicht aufgebracht der expertenmodus zu starten und da kann man natürlich schon wahnsinnig werden aber wir versuchen es auch zu viel Mist aber das kann man bei der nächsten runde schaffen das ist nicht so schwierig läuft das ist nicht so schwierig ja ja das ist nicht so wichtig ist ja das ist okay ja ja das war wir nicht neustadt direkt weil jetzt die punkte sein ich nicht leicht überkommt kommt man jetzt kann auch als trainingsmodus machen besondere bisschen für ein kleines fitnesstraining abends vom bildschirm eine weite okay das ist auch nicht so leicht ja 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 Ja, 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 ja. aber gerade so eine gerade so ja und die leute der spitze nach 20 können erreichen die gerade ein scheiß zwei 1 los 3, 2, 1, los! das muss doch schon lange zu wem sein falsche richtung gemacht sehr gut im eimer das war ein lustiges spiel ja 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 Ich bin schon, ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ja, super. Es ist es. Ich bin auch gut. ja ist ein bisschen schwieriger anspruchsvoller hier auf jeden fall nicht schlecht was habe ich denn die 110 geschafft also wirklich dann ich konzentrieren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Punkt überholt er Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Punkt überholt er 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 okay aufnahm gespeichert das liegt daran weil ich die ganze zeit aufgedrückt habe ihn bescheuert alle lau schütteln start ja 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 hier ich glaube es war gar nicht so gut von mir 19 20 hätten wir haben sollen scheiße machen aber normal start ja 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 ich weiß nicht was mario daraus gesucht hat ich glaube meine war nicht gut ich weiß es nicht ich weiß es nicht auch schon wieder neunzehn haben wir besser werden jetzt ja 1 ja 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 auch ja 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 stehen scheiße ich glaube da fehlen da sind ja schaukelte dahinter gesehen so das überlegen das ist ja normal es fehlt nur ein punkt der scheiße wird alle so traurig mehr und denkt ja und wo seid ihr hier schaden 47, 47 Ups und 45 geschafft bäm, bäm sagt bäm gimme check jeder hat es noch eine gewinne start ok, banane, melone melone, orange melone, traurig es war so easy, wir haben euch im boden gestern wir können mich gar nix 20 Sekunden abschließen? das ist doch fast ein Ding der Möglichkeit oh, hab ich niemals boah, das ist ja unmöglich aber dann müssen die alle davon nicht einmal erwischt werden, ne? ok, versuchen wir nochmal wir brauchen mal ein dummes Team, ne? nimm mal eins fürs Team, die Leute ja 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 mal nein 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 ey scheiße ok, versuchen wir nochmal 2 gerade geschafft der letzten sekunde noch schwieriger man sagt man darf nicht getroffen werden und in 20 sekunden und das ist ich bin dran muss genau die zahl treffen genau an dem ach scheiße kann ein bisschen dauern expertenmodus ist schon mal nicht ohne 1 2 3 4 21, das gibt's schon. falsch gezählt schlechte zählen auf die halle wo sind ja durcheinander das nervt ja auch ich werde versuchen das machen schon mal drüber 19 kann ich dann nehme ich 26 das war zu wenig genau zu ziehen start ich bin bei 21 echt schlecht genau getroffen wie viele sein sollen ja doch nicht ruhig so ein spiel nehmen an die hintergärten ohne getroffen zu start ich bin doch immer genau da rein Das bin ja ich, der da rein rinnt. Verachter mich? Verfallig. Okay. Alter, das ist echt schwer. Man sieht ja nicht mal, wo die Blitze auftauchen, ey. Ja, wir werden. Start! Boah! Ach, Mann! Na, ich war ernst? Alter, der Puls geht hier hoch und das nervt einfach nicht. So. Start! Ist das euer Ernst? Nintendo, was habt ihr denn da gemacht? Hardcore. Start! Oh Mann, die sind doch immer genau da, wo man ist. Das ist doch echt im Kotzen. Oh. So, das Spiel muss ich auch immer noch schaffen. Das ist wahnsinnig. Start! Hey, das gibt's doch gar nicht im Land. Echt? Irgendwas? Das sehe ich doch da. Oh. Start! Oh, ich krieg's von Zeit her nicht mal hin. 20 Münzen sammeln in einem von der Zeit. Hey. Haben wir bloß alle weg, Jana. Wollen wir sie ohne Gegner machen? Start! Nein! Mit einer Münze. Scheiße. Oh, das ist wirklich schwer. Und die sind auch so schnell, die anderen Figuren. Ihr dürft mit erleben. Ich mach, ich mach hier keine Cuts. Ich werd das so durchziehen, dass ihr sehen könnt, wie ich immer rumdose. Oh nein! Und wenn das Let's Play jetzt in Stunde geht, ist mir egal. Muss jetzt geschafft werden. Noch gar nicht. Start! Ende! Das ist doch unmöglich. Wie soll man das denn schaffen? Ey, ganz im Ernst. Die sind so schnell, die anderen mit den Münzen sammeln. Kannst du gar nicht schaffen. Das ist, das ist, das ist pures Glück. Ich muss Glück haben, dass die getroffen werden von irgendwas, damit die, das ist sonst echt unfassbar. Start! Oh, ich hab's geschafft. Das hat auch so viel mit Glück und Verstand zu tun, hier im Spiel. So, wir machen diesen Abstand noch, wir haben eine kleine Pause verdient, würde ich sagen. Start! Und dann landen wir uns an. Ach so, der kommt ja dann noch. Ich hab' die Hälfte weg! Und über die Hälfte weg. Ich hab' die Hälfte weg! es ist schön gewesen ist schnell gegangen würde durch einen masskrieg start ihr wollt ihr sparen Ich kenn sie ab und zu auch extra in den Weg, ne? Was man da wirklich gar nichts machen kann. Oh, nein! Bende, Bende, Bende. ich dazu start Ich muss nach außen gehen, weil das nervt mich so, dass die mal neben mir gehen müssen. Verpisst euch doch mal. Eines gibt es nicht. Ich hätte nach oben gehen sollen. Wir müssen es schaffen, Leute. Wir müssen es schaffen. Es wird auch nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. So, ihr könnt mir gerne mal folgen hier auf Twitter, wenn ihr wollt. Da schreibe ich mal direkt rein, was, wenn was Neues kommt. Und auch, wenn man ins Stream kommt oder so. Wäre nice, wenn sich da ein paar Leute mal einloggen würden. Damit ich ein paar Follower mehr bekomme da. Und auch hier dürft ihr gerne mein Abo da lassen. Oder ein Like oder was auch immer. Dass ich das YouTube auch nicht mal ein bisschen... Oh nein! YouTube auch mal checkt, dass ich auch da bin. Und ich vielleicht ein bisschen mal höher komme in den Rankings. Das würde mir ganz gut gefallen. Ich hätte doch ein paar mehr Abonnenten bekommen. Das gibt es nicht. Schau mal. So. Start. Ich werde auch erst stehen. Ich werde schon Glück haben. Wenn ich genau auf dieser Kante stehen bleibe, das wird eigentlich nicht passieren, oder? Ich kann immer nach links oder rechts hochschneiden. Ich kann immer noch schnell. Das ist ein guter Trick. Das ist ein guter Trick. Ich möchte euch merken. Geh mal da. So schlecht. Ganz so schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Das ist der Expertenmodus, Leute. Das ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.